Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder der blau-rote Hafen- und Plakat Wurf. Ich glaube drei Wochen oder vier. Auf jeden Fall bin ich sehr sehr zufrieden mit dem Wachstum. Ihr seht es da hinten. Die Tiere haben schon einen halben Zentimeter bis Zentimeter. Und da ist das größte Tier. Die verstecken sich da hinten. Ich habe gestern sauer gemacht, aber ihr seht, die fressen so viel. Ich muss alle zwei Tage mindestens sauber machen. Und bei den kleinen kann man halt noch nicht so rigoros vorgehen, sag ich mal. Da bleibt immer noch viel über. Na, will ich mal scharf nehmen? Da. Aber ich bin sehr zufrieden. Die fressen neben Arthemia frisch geschlüpften, also Arthemia-Naupien. Inzwischen auch die entkapselten Arthemia-Eier, glaube ich, und auch Mikrobörmchen noch. Genau. Aber ich bin so zufrieden. Ihr seht, dass der Wasserstand ist nicht noch nicht so hoch. Aber das reicht auch erst mal aus. Ja. Wenn ihr mehr von dem Wurf erfahren wollt, dann schaut gerne auf meine Website vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!